willkommen bei einer weiteren folge cinema volante mit ralf hallo oder hätte ich jetzt hallö sagen sollen in dem film den wir besprochen wie besprechen wird ja auch viel französisch gelabert ne ja ich hatte jetzt nur auf das hallo leute gewartet oder hallö leute oder so hallo liebe leute ja guck das doch viele sich begrüßt aufgehoben alle sind da es ist warm es kuschelig sitzen hier mit uns im dunkeln weil podcast ja nicht sehbar ist so im schwarzen loch das ist ja sowieso immer geil weil die fantasie angeregt wird ich meine keiner weiß wie du aussiehst bei mir wissen das ja die meisten wie ich aussehe einigermaßen aber trotzdem selbst dann ist es ja so wie sitzen die wo sitzen die was machen die irgendwie sitzen die doch zusammen sitzen nicht zusammen und wenn wo und am tisch und da ist ja bei jedem schon so kopfkino eigentlich so halb ne dann noch die bilder von dem film die wir immer besprechen heute angel heart übrigens ja da wollte ich nicht sagen du hörst ja kein podcast ne ich sollte mich jetzt also in diese lage hineinversetzen und so weiter okay doch ich höre auch podcast ja ja zu verschiedenen themen okay dann ist gut und ist da auch so dass du so manchmal dass es irgendwie heimlich findest wenn du so podcast hört die dann hörst die gut sind kuschelig sind also es ist so dass ich sagen wir mal im sommer wenn ich draußen sitze und es ist schon nachts ne und ich penne noch nicht oder kann ich pennen und so und dann sitze ich dann da halt beine hochgelegt auf dem tisch und so dann höre ich oft podcasts ganz verschiedene aber nie eigentlich ich meine es gibt leute die beim joggen podcast hören das könnte ich nicht eine aktivität ich bin dann mehr so darauf besonnen ja dass ich was körperliches mache jetzt also so beim joggen oder sport oder so könnte ich es gar nicht da bin ich eigentlich ganz bei der sache da will ich ja keine ablenkung haben ja und bei anderen sachen ja gut autofahren und so das ist schon was anderes aber ansonsten so als nebenbei kann ich das glaube ich gar nicht so gut oder will ich das gar nicht so ja ja ich meine beim joggen gut viele ne konzentrieren hören oder hören musik oder so oder machen es halt wie du die dann so voll da sind andere brauchen das oder sind halt so mittendrin und so gewohnt dass sie da währenddessen halt was hören können wenn sie joggen aber es ist unterschiedlich manche hören beim kochen bei allem manche gar nicht in jeder situation manche hören so bewusst zu da lassen es halt so wie heutzutage so ein second screen einfach irgendwie nehmen nebenbei laufen und sie kriegen dann auch nur die hälfte mit deswegen hören sie dann so lockere podcast ich glaube dann wenn sie so kaum was mitkriegen die leute ich glaube dann hören die so unseren podcast ja dann ist es ja noch so ich meine wenn man jetzt halt ein podcast in fremder sprache hört dann muss ich mich doch dann stärker konzentrieren ja dann kann ich erst recht nicht irgendwie noch sportlich tätig sein oder sowas in der art außerdem beim sport stört mich da hat mich das immer schon gestört sozusagen ja also da wollte ich nie noch irgendwas am kopf haben da weiß ja voll auf die sache konzentriert einfach und das war mir auch nicht langweilig so beim laufen außer beim schwimmen wenn eine bein nach der anderen schwimmst hin und her hin und her und so ne das fand ich dann irgendwie langweilig so aufdauer aber beim laufen zum beispiel nie ne joggen ist irgendwie wenn du wirklich läuft und eine coole strecke hast jetzt auch ne also jetzt nicht durch die stadt mitten die ganze zeit ja ich bin ja immer durch den wald gelaufen dann ist es so das hat dann auch was meditatives hypnotisches und da bist du dann irgendwann auch so richtig in deiner fantasiewelt drin und so also genau genau du sagst du sagst es schwieriger mit podcast aber passiert dann auch manchmal wenn du musik hörst oder podcast oder irgendwas anderes und kommst dann manchmal auch in die welt und dann hörst du halt wenn du in gedanken bist und so hörst du den podcast dann auch nicht mehr und ja läuft einfach nur so auf dich ein und das war es ist auch egal ja doch da hat musik schuldigung da sind wir ja auch schon wieder beim film angekommen nämlich wenn man jetzt die city läuft oder so ne und dann musik dabei hört ja je nachdem was es für musik ist natürlich aber so manche musik die kann einen dann richtig in eine andere realität beam so irgendwo ne also das ist weiß ich auch nicht das hat schon echt was ne also ich laufe auch wenn ich musik laufen also also so die stadt gehe oder noch eher wenn jetzt sagen wir mal irgendwo ein stück ist vom bus nach hause oder so wenn nicht so viele leute da sind stelle ich mir auch immer vor wenn ich so ein geiles lied habe und so dass ich so wie musikvideo wäre wie ich jetzt abgefilmt werden würde würde dann auch so am besten würde ich dann so move machen wenn gerade keiner guckt weißt du so ein dance move zwischendurch oder so und das ist dann schon so wie du sagst seine eigene welt irgendwie ne das hat sich ja alles irgendwie anders vorstellt und so ne ja das ist die macht der musik die kann das so und das wird ja auch in filmen eingesetzt also angel heart 1987 von alan parker mit mickey roog robert denio lisa bonnet charlotte rampling inhalt go ralf inhaltsangabe ja los komm inhaltsangabe ist jetzt hier echt da wie in der schule inhaltsangabe bitte jetzt es ist ein film noir und jetzt weiß ich gar nicht in welcher zeit dieser film spielen soll ich meine 50er ein privatdetektiv wird engagiert eine person zu finden die dem auftraggeber etwas schuldig geblieben ist und offensichtlich versucht hat oder immer noch versucht sich dem zu entziehen und deswegen bekommt jetzt der detektiv den auftrag diese person zu finden so viel viel weiß er nicht über den er weiß nur wo er sich angeblich zuletzt aufgehalten haben soll nämlich in einer klinik in einer nervenklinik und wo dieser diese person die letzten zwölf jahre wohl verbracht haben soll aber erst der detektiv findet schnell heraus dass das nur fingiert ist dass er also sozusagen den aufenthalt dort in der klinik nur ja mithilfe von schmähgeldern und so weiter fingiert hat und entweder schon längst tot ist oder ganz woanders so dann geht es los dann macht er sich auf die suche und es passiert dann schon sehr bald dass die erste person die er der erste zeuge der erste hinweis sozusagen dem man nachgeht nämlich dem arzt der immerhin unterschrieben hat dass dieser patient irgendwann mal dort entlassen worden ist womit hat er unterschrieben ach ja richtig mit einem kugelschreiber aber was sagt der mikrook der unser detektiv hier ist dass es den kugelschreiber zu dem zeitpunkt noch nicht gegeben hat hast du danach geguckt ob das stimmt nein habe ich mich darauf verlassen ich habe nachgeguckt und und es wurde genau in dem jahr und ich weiß glaube es war jetzt wann war das jetzt 43 genau in dem jahr wurde er erfunden auf jeden fall ist das so geschrieben da war wurde erfunden ich weiß nicht ob es jetzt genau das jahr war das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben also sage ich mal ist möglich da gab es ihn schon aber wie das bei ihm ist eine erfindung ist da dann ist es ja noch nicht im umlauf oder so das ist natürlich witzig wenn ich das dann so auch zu ob das zufall ist oder nicht oder so ne aber ja ja jetzt schuldigung ja wiese schuldigung war doch interessanter hinweis jetzt also vor allen dingen hätte ich das jetzt außer acht gelassen auch zu erwähnen aber okay jetzt dann um weiter zu fahren nachdem er ihn interviewt hat beziehungsweise er kam noch ganz er kam gar nicht dazu das interview zu ende zu führen ist dieser mann dann verstorben ermordet worden er findet also die leiche und macht sich dann sorgen dass er jetzt weil er kontakt mit diesem jemals mit dem hatte als verdächtiger plötzlich bei der polizei offen auf dem horizont erscheint und will den auftrag zuerst deswegen aufgeben wird aber weiterhin wird aber dazu gedrängt weiterzumachen und zwar mit einer für die verhältnisse großen geldsumme mit dem der auftraggeber ihn dann dann doch irgendwie dazu bereden kann weiterzumachen so und dann geht es weiter und währenddessen ja passieren dinge die sich der detektiv so nicht erklären kann insbesondere verschiedene morde die er dann auch immer entdeckt und auf die er sich so keinen rein machen kann aber dennoch immer weiter nach diesem johnny sucht ja und letzten endes klärt sich dann alles zum schluss auf ja das will ich jetzt gar nicht sagen in welcher weise ja und ja dann ist für uns zuschauer trotzdem noch vielleicht klärungsbedarf aber nicht für den detektiven dem ist dann plötzlich alles klar und dann ist der film zu Ende gut sehr gut sehr zusammenfassend perfekt der hat da jedes Detail ich wollte nochmal schnell das nachgeben zu ich hab jetzt nachgeguckt ja es war 43 das Patent in Amerika das war der Ungare Laszlo Biro der hat den erfunden schon in den 30ern da gab es ein Patent eben in Ungarn und so weiter und dann später ging es immer so weiter aber das passt dann halt dass es den noch nicht wirklich so ein normaler Arzt jetzt irgendwo hat oder so dass das jetzt irgendwie im Umlauf ist vorher diese Füllfederhalter und so gab es das klar aber ein Kugelschreiber kam wirklich dann so erst in der Mitte der 40er so richtig im Umlauf in Amerika und so das passt dann schon meine Güte ich weiß wie ein Elektromotor funktioniert aber nicht wie ein Kugelschreiber funktioniert das erklären wir beim nächsten Mal ich hab gerade so ein bisschen drüber gelesen das ist witzig echt jetzt? okay Allora und der Auftraggeber erwähnen wir dann ist Robert De Niro ja wie die Frau Robert De Niro dargestellt ja ganz imposant dargestellt ja was sagst du zu dem Film Ralf? Entschuldigung jetzt hast du die ganze Zeit gelabert jetzt frage ich dich schon wieder was damit du weiter machen kannst soll ich erst auf soll ich auf den Punkt kommen ob der Film meiner Ansicht nach sehenswert ist oder wie meinst du das? ach wie du willst ne sag einfach was die Antwort dazu also der Film schafft eine Atmosphäre wie man es von Film Noirs gewohnt ist und zum Teil kam es mir so vor wie heißt der Film nochmal den Venedig spielt wo ein Ehepaar ist und das Kind stirbt wenn die Gondeln Trauer tragen wenn die Gondeln Trauer tragen manche Dinge die hatten so für mich fühlten sich genauso für mich an wie bei dem Film wenn die Gondeln Trauer tragen also wenn dann zum Beispiel diese schwarze Frau das Blut abwischt wenn er diese sogenannte schwarze Frau dann später nochmal in der Kirche auf so einer Bank sitzen sieht oder in einer Vision beziehungsweise Traum wie sie irgendeine Wendeltreppe hochsteigt und so weiter ohne dass er sie wirklich erkennt zum Schluss stellt sich heraus es ist gar keine Frau wenn ich das richtig also schwarz meinst du jetzt mit der schwarzen dass sie so Nonnenklamotten also so ein Gewand hat ne ein schwarzes und nicht die Frau schwarz ist sie hat ein Gewand und achso richtig ja aber das kommt jetzt hier weil wir haben ja Lisa Bonet die ja schwarz ist deswegen kommen wir jetzt ein bisschen durch ja nee das siehst du mal dass ich viel zu müde vielleicht heute Morgen bin dass ich das nicht so schön ja wird dann träumerisch für mich war das dann sozusagen die Lady in Black und zwar aufgrund der schwarzen Klamotten die sie anhatte und dann ist da noch irgendwie ein Schleier oder eine Mütze oder keine Ahnung was äh Nonnenhaft sozusagen kostümiert die da rumläuft zu verschiedenen Aktionen macht zum Beispiel das Blut wegwischt was an der Wand äh zu sehen ist ja von einem Opfer in der Kirche ja direkt zu Anfang ne kurz bevor Robert De Niro ähm sieht Mr. Louis Seifert das hat mit seinem das hat mit seinem Fall überhaupt nichts zu tun und ähm dennoch taucht die dann da das erste Mal auf und später noch öfter und ähm ja das hat so ja was weiß ich also ich hab da mich jetzt nicht so gegruselt dass ich jetzt irgendwie Angst hatte oder keine Ahnung was aber es war eben so diese dieses undurchsichtige dieses Unklare ne das Mysterium so ein bisschen was aufgebaut wird in Verbindung mit dieser Mega Atmosphäre da ne ja hier ist ein Altar mit irgendwelchen Voodoo Equipment drin oder was ne dann dies dann jenes also es waren doch schon einige sagen wir mal fremdartigen fremdartige Sachen zu sehen ohne dass die mich jetzt besonders verstört hätten aber äh es hatte was Unbekanntes Geheimnisvolles sozusagen also so wie der Detektiv auf der Suche war nach einer ihm eigentlich unbekannten Person ohne die Zusammenhänge zu kennen und so weiter äh war ich jetzt als Zuschauer auch so eingebunden dann ähm ja auf der Suche danach wie das alles irgendwie so zusammenhängt und so ja und das war ja schon das waren ja zum Teil exotische Orte ne wenn du sagst es spielt irgendwo in den USA äh ich dann sagt das gar nichts ja aber das ist so in mit New Orleans spielt und so weiter ja äh das ja macht die Sache schon interessant oder ja nein das stimmt mir der Vorzug übrigens wir können einfach auch spoilern und so ne also wir fangen jetzt schon direkt also wenn du was sagen willst und so ne irgendwas dazu das kannst du euch machen weil wir spoilern jetzt von Anfang an weil den kennen eigentlich auch die meisten und ähm ja ich meine gute Agabe gab es ja also ich wollte ich nur allgemein mal so zu sagen aber da stimme ich dir auf jeden Fall zu dass das größte an dem Film hier ist halt wirklich die Homosphäre die er schafft diese ja dass die ihn richtig reinzieht und so also richtig in seinen in Mickey Rooks Situation sag ich jetzt einfach mal ja die Darstellung von Robert De Niro trägt auch dazu bei wie fandst du die äh die fand ich sehr gut weil gerade die erste Szene auch so ja aber eben auch weil er da ähm ohne viel Bewegung agiert ohne zu viel Gestik und Mimik also aber die die bisschen die er macht wird dann überbetont also nicht von ihm selbst sondern von der Kamera ne ja er ist total präsent seine Nägel seinen Stab den er da dreht und so das trägt auch nochmal dazu bei aber auch wenn sein ganzes Gesicht in einem großen Bart sag ich jetzt mal verhüllt ist beinahe äh schafft er es dann eben doch äh eine Mimik äh anzuwenden und so ja die das macht ihn total präsent aber es ist halt jetzt kein Hillybilly Typ der jetzt wild gestikuliert und ich will den finden oder irgendwie so ein Scheiß ja sondern und diese Ruhe die strahlt schon auch eine gewisse Überlegenheit oder oder Macht aus oder so ja so hab ich das empfunden ja ne find ich auch total diese Ruhe das passt halt wirklich ich meine wir sagen es jetzt auch ich meine das wird ja am Anfang hier wird ja auch eigentlich kein Geheimnis gemacht die ganze Zeit klar es gibt noch ein zwei Tests aber so dass er so der Teufel ist das wird ja am Anfang ich meine mit Louis Seifer wird das ja schon gesagt und überbetont gezeigt ne ähm ja das gebe ich da gebe ich dir recht auf den Punkt wollte ich auch noch hinaus jetzt hast du es aber schon erwähnt ja und deswegen sag ich hab ich dich jetzt unterbrochen und sag direkt äh das hat mir zu Anfang des Films überhaupt nichts gesagt ähm und zum Schluss das ist ja auch erwähnenswert ist es so dass es im Film vom Detektiven selbst aufgeschlüsselt wird was der Name bedeutet ja das fand ich ein bisschen doof aber ja wie man von dem Namen auf Lucifer kommen kann eventuell soll das also auch ein Hinweis mit dem Vorschlaghammer dafür sein äh dass die anderen Namen ebenfalls verdeckte Bedeutungen haben sodass man dann als Zuschauer äh dann nochmal drüber nachdenkt oder sich noch ein zweites Ticket kauft und noch ein zweites Mal in den in den Film reingeht um da nochmal genauer drauf zu achten sag ich jetzt mal das ist ja auch so ich meine Lisa Bonnet mit äh Epiphanie also Epiphanie dann haben wir die ganzen Kollegen da auch die nach Obst benannt sind und so weiter aber jetzt hier zu ähm zu unserem Teufel der ist ja auch also man denkt so am Anfang man guckt den und alles wird so darauf hingewiesen er ist so der Teufel das heißt für mich aber nicht dass das jetzt wirklich dieses überirdische biblische christliche Teufel Ding ist ne sondern wir werden einfach nur voll darauf hingewiesen der ist wie der Teufel das heißt für mich nicht wie bei im Auftrag des Teufels da ist so mit Carol Reef also du meinst äh archetypisch genau dass es gesagt wird so das ist wirklich der Teufel das ist einfach ein großer Mafia-Boss Hinterzieher und so ne der hat nichts Gutes vor der hat dich voll im Griff und so ist cool hat alles drauf und so ne und 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 spielt nur mit dir und so halt wie der Teufel ne nur ein Mensch der halt diese Eigenschaften irgendwie hat und so genannt wird das muss es ja in dem Fall nicht äh sein leider weiß man das schon und so ich hab den ja auch wie gesagt ich glaube ich hab den nie am Stück gesehen richtig tausendmal immer ein bisschen deswegen wusste ich das natürlich schon dass das wirklich so ist sozusagen wirklich so ist also wie jetzt im Film dargestellt dass er der Teufel ist und so weiter und ähm und dir hat alles gefallen an den an Robotini an der ersten Szene okay okay und dir nicht dir nicht doch auch also voll also wie gesagt jetzt zum Beispiel nochmal das Beispiel im Auftrag des Teufels weswegen ich da drauf komme da war es so ich hab den das erste Mal geguckt und auf Videothek ausgeliehen ne der ist ja auch schon wann ist der 98 oder so 99 und da war ich ja noch durch jung und guckt ihn so und denke so ja im Auftrag des Teufels ist genau das was ich jetzt hier genannt habe er ist wie der Teufel und es heißt auch noch der Titel heißt im Auftrag des Teufels weißt du da wird auch alles offensichtlich gesagt und er ist einfach nur wie der Teufel ne so ein Mensch wie man sagt hier Trump irgendwelche sind keine Ahnung hier Saddam Hussein so Leute weißt du dass man so sagt ja der ist so heftig und so der geht über Leichen der macht dies der macht das und dann auf einmal und da kommen noch so Sachen das wird mysteriöser mysteriöser okay das ist so ein bisschen metaphorisch symbolisch und dann war er im Film selber Al Pacino wirklich der Teufel und das hat mich dann nicht auf einmal so twistmäßig überrascht aber was das ist wirklich jetzt der Teufel das ist wirklich Satan und so und das fand ich halt heftig aber so wie ich es vorher gedacht habe so kann man das ja hier auch denken gerade weil es offensichtlich dargestellt wird diese Metapher und dann hinterher sagt man so okay das ist wirklich der fucking Teufel und so beziehungsweise auf der anderen Seite wir machen kein Hehl draus wer was hier darstellt ne und darum geht es halt nicht so das kann man nämlich auch ja man kommt hier leider nicht drum herum zu sehen dass es hier um ja tatsächlich um den Teufel als Person geht in Menschengestalt ich sage leider weil ja für die Interpretation und so weiter ist dann ja auch etwas weniger Spielraum und ich meine wenn man dann einen Film sieht der jetzt sagen wir mal so angelegt ist dass er einer bestimmten Religion entspricht also der Glaube an den Teufel ja das entstammt ja schon irgendwo aus dem aus dem christlichen sag ich mal ja vor diesem Hintergrund dann alles so zu deuten und so ist ja etwas ganz anderes als wenn man das jetzt irgendwie so rein archetypisch betrachten würde wenn wenn man denken könnte dass der Film so gemeint ist und das hat mich auch ein bisschen durcheinander gebracht muss ich sagen da bin ich auch ein bisschen durcheinander gekommen bei der Einschätzung wie ich jetzt irgendwas bewerte ja okay also bist du hast du jetzt die ganze Zeit gedacht das wäre ein seriöser Film in Anführungsstrichen wenig mysteriös hast du ihn zum ersten Mal geguckt ja ich habe schon gedacht dass der Film so auf auf etwas hinaus will ja ja vielleicht nur auf den Twist also weißt du oh ja das wäre das ja selbst da muss ich sagen kann sein und ich habe mich dann vielleicht einfach nur verirrt als ich angefangen habe da irgendwie tiefer zu graben und ja dann auch der Meinung war hm stimmt so könnte das das könnte im Sinne des Regisseurs gewesen sein und deswegen ist das so und so dargestellt worden man kann natürlich weiß weiß ich du kannst du kannst ein ausgelutschtes Kaugummi auf der Straße betrachten und siehst darin irgendetwas ne also äh Interpretation halt ne ja äh das ist halt immer so eine so eine Sache und ich hatte jetzt auch nicht die Zeit dem dann so objektiver nachzugehen und dann wirklich so die Zeichen ähm die ich dabei gedeutet habe so zu ordnen dass ja ich damit belegen kann das muss so gemeint gewesen sein oder so da habe ich habe ich die Zeit nicht für gehabt oder auch die Geduld vielleicht auch nicht dafür hätte ich das nochmal gucken müssen ja ja das Ding ist es wird ja auch wie gesagt auch weiterhin den ganzen Film über wir haben die offensichtlichen Namen wir haben dann auch zum Beispiel die Szene die nächste es gibt ja nur drei glaube ich richtige Szenen vielleicht vier weiß ich gar nicht mehr mit Robert De Niro und Mickey Rook wenn er das Ei isst und dann auch sagt ein Ei ist die Seele und isst sich dann was ja auch wieder für den Teufel steht und so also auch mega direkt immer alles aber das finde ich nicht billig sondern soll einfach was rüberbringen ne und wir sagen halt zeigen halt diese Bösartigkeit und diese Bedrohung irgendwie durch ihn und auch das Mysteriöse weil Mickey Rook ja nichts checkt so richtig ne der checkt ja gar nichts sozusagen und was ja auch aber Mickey Rook also Robert De Niro ist geil Mickey Rook ist aber auch geil wie er spielt oder nicht absolut also weil du das gerade gesagt hast wegen Bedrohung in der Szene als er das Ei isst er bietet er bietet dem Detektiven ja dann auch ein Ei an gibt es zwischen den beiden ja eigentlich keinen Streit sondern eine Einigung es ist ja einvernehmlich alles was da abgeht und dennoch als er sich dann das Ei reinschiebt in den Mund so oder davon ist besser gesagt da bevor die Szene zu Ende ist ganz zum Schluss dieser Blick von Robert De Niro ne der wirkt dann schon irgendwie bedrohlich dass man nicht weiß wow was ist denn da los so ne ja das ist eine direkte Bedrohung das so ungefähr sagt so ich esse deine Seele auf und der ist es ja auch er will ja die weißt du nur dass er das hinkriegt nur durch so einen Blick durch einen kurzen und so verstehst du ja ich finde den auch mega das fände ich bemerkenswert so mega Präsenz und Mickey Rook macht das halt also jetzt dann Mickey Rook ist halt so ich hatte den ganz anders so in Erinnerung oder auch wirkt am Anfang ist ja so ein bisschen so ein Hallodri ich will nicht sagen Loser aber irgendwie schon total ne also das macht aber sind das nicht alle Detektive im Film Noir ja ich weiß nicht das sind so gefallene gefallene Engel also die laufen immer rum mit einem ähm äh mit ungebügelten Klamotten die alle nur nur mal zu groß sind die sind zum Teil dreckig okay das würde ich verschwitzt ja bla 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 aber bevor mir noch mehr negative Attribute einfallen der Punkt ist der aber das Hemd ist ordentlich bis zum letzten Knopf nach oben gedingens ne also die können in der Scheiße geschwommen haben und sonst wie aussehen man kann sich schon fast riechen über den Monitor sozusagen ja ja aber trotzdem die Krawatte ist immer noch an wenn sie eine tragen das Hemd ist immer noch ordentlich mit dem letzten Knopf zugeknüpft also dieses Festhalten immer noch an ja an ein bestimmtes Gerüst oder ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll ja das gute dieser dieser Widerspruch äh das ist das triggert mich schon fast ja aber das ist ja dieses Ding also ich meinte nicht das mit Loser die waren alle immer so cool irgendwie ist alles egal aber sie haben so ihre ihre Ethik und das ist ja der Witz weswegen ja diese Helden ja Helden sind dann irgendwie weil das sind irgendwelche abgefuckten Heinis und so ne die mega cool sind denen irgendwie alles egal ist und so die dann aber immer richtig handeln handeln wollen und dann auch wie so ein Pitbull bei der Stange bleiben ne genau und jetzt ich meine dieses mit dem was du sagst ne dass sie dann immer so irgendwie ihre Etikette haben nenne ich es jetzt einfach mal irgendwie so ne ihr Grundgerüst was sie jetzt dann muss ich sagen das muss so sein äh jetzt Chinatown Jack Nicholson war ja die Perfektion davon ne der immer all glatz aussehen wollte du willst jetzt auf den Nasenschutz hinaus ne Moment und aber bei Mickey Rook ist das so der ist so ein bisschen ähm was Loser mäßig ist erstmal klar macht er die ganzen Mädels an irgendwie kriegt das hin weil er so Charme hat und ganz gut aussieht aber der ist so tollpatschig ich hab das jetzt so lange gebraucht das Wort tollpatschig zu finden der ist so ein bisschen tollpatschig wie der geht wie er dann doch die Hose komisch hat wie er diesen Nasen äh Dings da Schutz auf hat natürlich auch das aber auch ganz viele Entschuldigung was man hat Sachen die er macht und so der wirkt ja so ein bisschen so halt wie so ein so ein Tölpel weißt du denn der so läuft ja auch rum quasi in dem Film von einem ähm Indiz zum nächsten und weiß ja gar nicht so wirklich was los ist ne also ja du auch wo er dann wo es um ihn geht ähm ich hab da Probleme den Namen richtig auszusprechen die 17-Jährige also quasi seine Tochter Lisa Bonnet ja äh als er die dann irgendwie so anmacht ne ja ja total unbeholfen dumm plump dämlich äh da kam für mich das Losermäßige am meisten rüber ja genau sowas eben wie die Frauen dann so ne die kriegt sie halt weil er irgendwie da ist oder halt bei dieser Krankenschwester wo es da mit dem Kuli ging so eine weil das ich sag mal so eine das ist so wie sie dargestellt war so ein bisschen auch so eine die kriegt man halt so weißt du also die ist so ein bisschen so die 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 für jeden so ein Mann weißt du die so mit jedem ins Bett steigt ne ich weiß gar nicht wie man das nennt Schlampe oder so irgendwie so keine Ahnung so in dem Stil ne ja warum man das dann so nennt weiß ich nicht weil wenn sie da Bock drauf hat ja nein das auch aber ne ich meine wie man es vor genannt hat so damit man es einordnen kann und das finde ich aber mega sympathisch und wie cool Mikryuk das halt macht diese Diskrepanz und jetzt mal übertrieben nachher ist das sowas weißt du dass sie sagen weil er ja ein anderer Mensch mit einer anderen also ein Mensch mit einer anderen Seele ist quasi zwei Personen in einem so halb ist ne dass er damit nicht klarkommt weißt du so das ist so zwei Leute das ist so ja 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 durch ein anderer geht so verpeilt ist und so weißt du so als hätte als würde als würde ich einen Körpertausch haben und ich komme mit dem Frauenkörper nicht ganz klar und der ist muskulös oder so und ich bin es nicht oder anders so so wirkt es auch so ein bisschen als wäre er nicht der Mensch der ist und so das ist dann wieder cool und so also mal abgesehen davon ja why not also ne wenn man das jetzt so interpretationsmäßig so Kleinigkeiten vom Spiel jetzt auch und die Bilder sind halt ja und darum geht es ja ne also letzten Endes auch ja ich muss mir das echt abgewöhnen vor wegen darum geht es boah was für eine bescheuerte Formulierung das ist ja aber jeder hat irgendwie ja wenn man drüber nachdenkt ist das eine richtig bescheuerte Formulierung bei Filmen aber egal äh ja ne ne das bringt uns schon äh auf die Spur und wenn man es schafft als Zuschauer das schon so wahrzunehmen also auch ne schon während man den Film das erste Mal guckt ist schon eine Sache ne also ich hab am Anfang nur gesehen viel Blut auf nackter Haut irgendwelche New Orleans äh Straßenjazz-Mucke die mir überhaupt nicht gefällt nebenbei gefällt dir denn nicht dieses typische 80er Jahre Jazz Thema also dieses ähm Kreolen Jazz sag ich jetzt mal dazu äh ist absolut nicht mein Ding so okay nichts gegen Jazz ja nein nein es gibt ja irgendwie bei einem Tausend ist ja umfassend also das Thema Jazz ist ja umfassend ähm und selbst wenn man einen bestimmten Interpret Interpret nehmen würde wie Miles Davis hätte man immer noch äh total viele verschiedene Variationen ne also na ja nein ich fand ich meine der Film beginnt ja auch mit dieser Musik da in dieser Gasse wo ja Schnee liegt und so ist ja kalt und so und das ist ja auch so eine Metapher ne es wird ja von kalt immer wärmer bis heiß und dann schwitzen die die ganze Zeit auch geil sie schwitzen die ganze Zeit und ne und dann wird es immer heißer dass er halt der Hölle auch so ein bisschen näher kommt ne so Dante Alighieri so und woanders rum das nimmt man schon wahr ne diese Luftfeuchtigkeit etc und und was das auch mit ihm und mit seinem Anzug macht der ist man weiß gar nicht ist das jetzt Wasser oder Schweiß auf seiner Stirn und dann der dreckige schon durchgeschwitzte Anzug und dies und jenes und so boah ey wenn ich sowas immer sehe ne ja dann denke ich auch ey alter ne äh dann äh wird hier vielleicht so langsam mal ne Dusche fällig irgendwie triggert mich das aber gerade dieses dreckige ähm düstere da ist wieder der Atmosphäre äh zugute ne kommt wieder zugute natürlich weil sowas immer so dieses all glatte und überhaupt und das man so spielt und dass man sich dafür interessiert auch dass es so ist aber ich wollte nur sagen so oft kommt dieses Thema gar nicht vor mit im Jazz was man so denkt ne also so oft ist das ne ich hab das nur zweimal glaube ich das ist nämlich gar nicht so überladen hier auch gerade weil es Jolins dann könnte man es doch eher vermuten und so also auch wenn man es jetzt nervig findet es ist jetzt nicht so ähm es wird auch ganz andere Musik gespielt und was ich irgendwie cool fand das war die Mucke als er äh einen Mann des Nachts mit dem Auto verfolgt nämlich diesen äh Too Sweet und bei dieser Verfolgung nachts mit dem mit dem Auto da wird zum Beispiel Musik gespielt hat mir irgendwie total gefallen ich hab jetzt nicht auf den Text geachtet bei dem Stück vielleicht kam es da auch schon wieder darauf an dass man den Text äh dass man auf den Text achtet ja da waren vielleicht auch schon wieder Hinweise aber äh die Musik ist schon vielfältig also es ist nicht nur irgendwie an an New Orleans und so ne also angelegt oh das ist jetzt echt schon lange her dass wir ihn gesehen haben weil wir das so oft verschoben haben jetzt Angel Heart und so ne ich hab mir auch keine Notize gemacht oder so ich hab ihn gestern nochmal geguckt ach jetzt hast du doch geguckt nochmal okay okay ich hab ihn doch nochmal geguckt gestern aber so nebenbei wahrscheinlich das zweite Mal ne 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 ich hab versucht äh Dinge zu entdecken dort also okay irgendwelche Hinweise mein Auge ging wirklich über jedes Accessoire äh hinweg was weiß ich selbst die Vase und so alles hab ich abgecheckt aber es hat mich nicht weitergebracht ne ne da ist auch gar nicht so viel das ist ja das Ding also ich weiß ja nicht basiert ja auf dem Roman ne Falling Angel wie das da ist wahrscheinlich wieder detaillierter und so weiter aber ob die Grundidee noch anders ist also die die Grundintention noch anders ist ne weil ich sehe hier nämlich schon eine große Aussage oh ne ich bin gespannt die ich super geil finde wenn das so ist ja raus damit aber erst mal wollte ich fragen du hast ja diese Frau in Schwarz Klamotten ne genannt die ja dann am Ende ne Robert De Niro ist also der Teufel wie das sitzt es scheint eine weitere Instanz des Teufels zu sein genau was bedeutet das dann und wie soll man also ist es da noch mal dass man die ganze Zeit er sieht es ja die ganze Zeit so mysteriös ne also ihn in diesem Gewand dass er die ganze Zeit da ist dass er die ganze Zeit bei ihm ist ne dass er ihn weiter zu etwas bringt irgendwo hinzugehen was zu machen und so ne einfach nur dass er selber als er die Blut abwischt am Anfang dass er selber so seine Spuren verwischt irgendwie und er das alles ist ne also natürlich auch Mick Luke selber weil wann hast du denn zum Beispiel ich hab den jetzt gesehen und ich wusste den Twist zum Beispiel nicht mehr die letzten zwei dass er selber eben der ist der gesucht wird ne dieser Johnny Liebling Johnny Favorite und dass er seine Tochter vögelt ne das beides hatte ich zum Beispiel so nicht mehr auf dem Schirm wenn ich es überhaupt damals verstanden habe so durch Fernsehen einschalten immer so mittendrin nachts in Hörhaut aber ich hab's relativ früh kriegt man das halt raus weil da für mich auch wieder nicht außer das jetzt mit der Tochter vielleicht ne aber man denkt auch wieso ist die da weil die hat ja auch nicht viel Handlung oder Sachen oder so ne ich dachte auch die Rolle wäre größer die macht ja auch relativ wenig und so ne aber man merkt das schon früh weil die das früh darstellen mit diesen Visionen die er hat mit diesen Marine Offizieren mit diesen Marine Typen da ne mit den Soldaten den sie da sehen dann auch mit denen wenn die morden wann er da raus geht und das Timing also es wird schon nicht so ein großes Geheimnis draus gemacht also man checkt das schon schnell dann dass er selber der Typ ist der die ermordet und damit auch der ist finde ich ja gut ist jetzt auch nicht schlimm dass er sich merkt oder merkt ich meine ich staune dass du das dann so schnell gecheckt hast aber du hast ja jetzt auch gerade gesagt wie du den Film gesehen hast du hast ja ganz anders haben über die Dinge nachgedacht auch sozusagen ja aber gut erzähl ich weiter schon gut ne das wollte ich eigentlich nur sagen jetzt dazu ich dachte jetzt kommst du bei dir noch so ne weil du es gemerkt hast okay später dann ach so ich dachte jetzt kommt noch eine mega große Offenbarung oder so nein es kommt noch so wie ich das gesehen aber ich sehe das halt weil wir haben ja hier einen Soldaten kurz nach dem Krieg und darum geht es für mich dieses posttraumatische Syndrom dieses wie fühlt sich ein Soldat der im Krieg war der getötet hat der seine Freunde verloren hat der gefühlt heimatlos ist wenn er zurückkommt weil alles anders ist es fühlt sich nicht mehr an wie zu Hause und das sehen wir halt durch Mickey Rook und das ist natürlich alles dann sozusagen diese Welt dieser Teufel diese Verführung ist alles diese Metapher für er ist eigentlich schon tot und alles um ihn rum deswegen sind auch alle anderen Figuren immer so nicht echt alles um ihn rum ist irgendwie nicht echt und er hat keine richtige Interaktion mit Menschen oder irgendwie eine tiefere Beziehung oder irgendwas alles ist so so oberflächlich weil wir alles aus seiner Sicht auch sehen und wir mit ihm dabei sind und alles dieser Weg dadurch ist für mich halt dieses diese dieser dass wir mit erfahren erfahren wir ja durch dieses dreckige unschöne atmosphäre Stadt da erfahren wir halt durch Tod und sowas alles noch sieht und macht erfahren wir halt wie es ist aus dem Krieg zu kommen mit diesem posttraumatischen Syndrom was auch immer so so habe ich das gefühlt halt dass das eine Metapher dafür ist und nicht dass wir sagen oh wir haben jetzt die große subtile Metapher das ist alles hier christlich und es ist der böse Teufel der uns verführt der Teufel das ist halt der Krieg und so weiter das ist halt das der Tod das ist so dieser Selbstmord das ist so die Selbstaufgabe und deswegen auch diese innere Spaltung weil du zwei Menschen bist du bist der Mensch vor dem Krieg und du bist der Mensch danach und du kannst nicht mehr der sein und so das finde ich da sehe ich da so drin okay also ich sehe das so äh es wird der Teufel dargestellt und ähm die Darstellung des Teufels im Laufe der Geschichte haben sich ja gewandelt und auch in der heutigen Zeit wenn ich jetzt mir überlege welche Filme gibt es in denen der Teufel vorkommt du hast gerade ja noch einen weiteren genannt mit Pacino im Auftrag des Teufels ja aber es gibt da durchaus ja noch äh einige andere Beispiele ja ja wo der Teufel eine Rolle spielt bis hin zu irgendwelchen Verfilmungen von äh irgendwelchen Märchen wo der Teufel eine Rolle spielt ja ich möchte noch äh Pacino war ja super Robert De Nino war super ich will noch Gabriel Bryan erwähnen als Teufel der war super in End of Days auch wenn das jetzt so ein oberflächlicher Actionfilm ist aber das ist wirklich nur so oberflächlich gemeint klassische Geschichte egal sorry weiter okay jetzt sieht die Darstellung des Teufels die hat sich gewandelt obwohl jetzt in der Bibel steht er ist der schönste Engel oder sonst was wird ja auch als grausiges Monster zum Teil dargestellt auch ja was ja in dem Sinne irgendwo nicht so so richtig passt ne aber metaphorisch schon also das was er aussagen will und so ne sozusagen was er macht ja natürlich das Böse und so klar das was uns auch äh sozusagen ängstigt oder ängstigen sollte was dann dadurch offensichtlich wird wenn wir ihn dann so sehen wie er sozusagen wirklich ist also quasi hässlich in dem Sinne ja aber dennoch gibt es ja für uns heute lebenden Menschen äh so ganz verschiedene Vorstellungen vom Teufel nicht äh und das eben auch durch Film und Kunst und so weiter auch äh zum Teil beeinflusst ja aber wenn du jetzt einen Baptisten danach fragst was er für ein Teufelsbild hat oder einen Katholiken oder einen äh Nichtgläubigen oder einen Moslem da gehst du ganz verschiedene ganz verschiedene Sichtweisen richtig ja okay ja ich würde jetzt sagen nein also wenn du jetzt so einen fragst der wirklich so mega religiös ist ne oder eben nicht okay aber das hier ist ja immer noch immer noch so kommerziell ist ne also das Christum ist halt überall so ne oder meinst du jetzt irgendwo wirklich ich fahre jetzt zum Beispiel nach nach Israel und treffe da einen im Dorf und frage den so oder wie der noch nie einen Fernseher hat oder so oder ein Buch gelesen hat weil der ist ja so der Teufel ist für mich ja jetzt das ist jetzt christlich lass mal weg das ist wie Popkultur verstehst du aber egal das ist jetzt worauf holst du raus also wenn man äh jetzt äh von einer mächtigen Person ausgeht die der Teufel sein soll ja äh und und das akzeptiert dass genau die jetzt in diesem Film eine Rolle spielt äh dann äh äh kommt man vielleicht auch auf andere Dinge ah das hab ich jetzt doof formuliert ich sag's mal so ich ähm konzentrieren also diese Geschichte mit dem Teufel also das ist genauso schwierig äh diese Frage was ist der Teufel und so äh äh der nachzugehen das führt genauso zum Irrsinn wie wenn ich frage was ist ein Kugelschreiber oder was ist Gott und so ja oder was ist die Wahrheit das ist eben so äh es gibt Vorstellungen die man hat es gibt vorstellungen die man hat und so ja und dann ist die Frage ob der Film jetzt hier der Vorstellung die man hat etwas hinzufügt oder nicht ob wir jetzt hier sozusagen eine neue Seite des Teufels oder des Teufelsbildes bekommen oder nicht und wo trifft er denn das erste Mal den Teufel ja äh es ist jetzt nicht so dass der Teufel dort jetzt äh dampfend und voller Schmerzen vertrümmt irgendwo am Boden liegt weil er sich an einem geweihten Ort oder einem einem kirchenähnlichen Gebäude auffällt ja während gleichzeitig noch eine Predigt gehalten wird ne ne aber ist kein Vampir nicht aber ja ich weiß schon was du meinst aber er fühlt sich dort pudelwohl und auch ein späteres Treffen findet dann wieder mitten fett in so einem dicken domartigen äh Kirchengebäude sozusagen statt ja ja er fühlt sich da wohl man könnte fast sagen oh es macht den Eindruck als wäre er dort zu Hause und als wäre die Priesterschaft die dort tätig ist im Grunde genommen auch nur äh in in seinem Sinne tätig also äh gehört sozusagen zu seinen Anhängern irgendwo ja ja also das ist doch schon ein 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 starker Schlag irgendwo gegen gegen Kirche im Allgemeinen ja dass man sagt ja Alter ihr geht in die Kirche und dort betet ihr und so aber genau da sind doch äh ja die schlimmsten äh äh Verführer Dämonen Teufelsanhänger und so weiter im Grunde genommen zu Gange und wenn wir und wenn wir einen Priester sehen der sowas sagt wie äh Leute Kleingeld macht mich nervös bitte nur Scheine grün ist meine Lieblingsfarbe ne äh gut das kam jetzt so da nicht vor aber jetzt so ähnlich halt äh ja dann wird es natürlich ganz klar boah der Typ will hier nur Geld und wieso fallen die da drauf rein und so und das ist ja ganz offensichtlich und so ähm aber es es kann einem dann jetzt zu denken geben und man fragt sich naja letzten Endes worum geht es äh da bei der Kirche und was was läuft da und so und es ist ja in der heutigen Zeit sowieso auch viel mehr Kritik an der Kirche äh Publik als äh was weiß ich das ganz früher der Fall gewesen ist ne äh so also wir wir kriegen ja äh nicht nur so vielleicht etwas serviert was was das Bild vom Teufel irgendwie ergänzt oder so sondern auch den Zusammenhang Kirche Glaube und all diesen ganzen Kram ja okay aber das wird ja ja okay aber ich weiß schon was du meinst so ich war da auch überrascht so weil er immer da ist gut das war jetzt da ich sag's mal bei den Schwadden ne in der Kirche schon fast so wo du mich jetzt das erste Mal trifft ne mh dann war es auch so nebenbei es war ja nicht wirklich so in der Kirche es war ja so ein Nebenraum es war ja ganz komisch nicht im Saal und dann tritt er ja einmal so als diese in schwarze Kleidung halt ne so als Erscheinung quasi als Frau wir sehen es ja auch nicht wirklich einmal in der Kirche auf ne und ich weiß es nicht ob du du sagst jetzt so das ist so ein bisschen Kritik an der Kirche und die er uns aufzeigen will auch an Religion aber ich weiß es doch auf jeden Fall also die Kirche es wird da nicht so weit drauf eingegangen aber ja weil der Teufel natürlich die Kirche auch kritisiert weil er hasst sie ja also wir sind jetzt hier im Teufelsfängen ist das ja okay und was Problem ist wieso soll er die Kirche hassen nein aber dass er sagt so das Gute und dass er gegen kämpft und bla bla und Seelenhaben ja aber die Kirche wieso soll die Kirche was Gutes sein na glaubt sie das Filme nicht oder wie meinst du das jetzt ja aber hier wird es ja auch nicht die Kirche wird gar nicht so richtig erzählt weißt du so Religion das wird hier ich weiß ja ob es vielleicht ein Buch anders ist was du meinst und ich weiß schon was du meinst mit Kirche und so ne dass es die Institution ist und so bla bla dass es nur ein Haus ist und gar nicht das widerspiegelt ne bla bla Jesus ist überall ne und Gott und so okay aber ich nehme da nicht dann eigentlich nicht es wäre auch schlau weil dann müsste man es anders machen wenn es jetzt darum ginge ich nehme da nicht dann den Teufel der ja aus der Bibel ist weißt du und äh mache das dann so vielleicht ist es ja dann auch nicht der Teufel Teufel vielleicht gibt es ja irgendwas im Voodoo weil Voodoo wird ja auch so kurz erwähnt aber auch nicht wirklich äh umfangreich ne das wird ja alles nur so angesiedelt und das ist vielleicht dann auch der Fehler des Drehbuchs des Drehbuchs ich glaube wir müssen mal den Roman lesen vielleicht ist es da irgendwie voll cool und genau so irgendwie detailliert ähm erzählt also gut ich habe jetzt mir folgendes unter anderem überlegt aber das sind ich habe gezögert äh Gedanken die ich zu dem Film hatte so offen zu äußern ja weil die eben nicht zum Ende kamen die kamen nicht zum Ende ich konnte da keine keinen plausiblen Schluss kriegen ich finalisieren war nicht so und deswegen habe ich da etwas gestockt sowas zu äußern aber äh äh deswegen mehr jetzt mehr oder weniger so brainstorm mäßig so aus der Erinnerung heraus was mir für Gedanken auch kam und so ähm ist doch so ganz zum Schluss äh wird ihm gesagt dass er dafür bestraft wird also er wird brennen heißt es ja und er bestätigt dass ihm das klar ist er sagt ja ich weiß äh äh und zwar in der Hölle so äh dann hat man doch das Gefühl er wird bestraft oder? Also willst du jetzt sein dass die Hölle nicht äh nicht äh negativ ist oder was meinst du? Nein sondern äh ich will sagen äh bevor er herausgefunden hat wer er ist war er ja noch äh quasi irgendwo äh straffrei also da äh da äh hat er sozusagen die Zeit gestohlen so irgendwo ja erst als es ihm bewusst wurde wer er ist äh und dieses auf dieses Bewusstsein kam es dem Teufel ja an sonst hätte er ihn ja von vornherein nicht nach sich selbst suchen lassen müssen genau denn er wusste ja von vornherein wer er ist äh dem Teufel kam es darauf an dass er als Schuldträger ähm quasi auch herhalten kann und ähm äh überhaupt eine Seele ja greifbar hat die er sich dann einverleiben kann und das eben nur dadurch dass der Typ zu einem Bewusstsein über sich selbst kommt ja ja das ist ja das was wir gesagt haben und genau und wenn ich jetzt sage und wenn ich jetzt sehe dass ein Auto irgendwo ein Menschentod fährt ja dann gebe ich dem Auto ja keine Schuld ja das Auto hat ja kein Bewusstsein ich könnte jetzt auch vielleicht bei einem Tier bei einem Tiger äh keinen Hass entwickeln so richtig erstmal so ja ähm äh weil äh ja das Tier kann nichts dafür irgendwo ja also da sehe ich keine eine moralische Schuld ja und ja bei einem Menschen wie sieht das aus wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwo was irgendwelche Gräueltaten begangen hat aber sich daran überhaupt nicht mehr erinnern kann ja äh ist der dann noch äh straffähig also kann man macht es da Sinn ihn überhaupt irgendwie zu bestrafen ihn einzusperren oder sonst irgendwie sowas wenn diese Erinnerung fehlt und inwiefern hat diese Erinnerung auch mit dem eigenen Bewusstsein zu tun also ist das Bewusstsein komplett äh weg wenn wir uns an gar nichts mehr erinnern können oder stellen wir immer noch irgendetwas dar und da kommen wir auf einen interessanten Punkt nämlich wenn man etwas tut sei es ganz unbewusst und der Teufel wie in diesem Film macht einen trotzdem dafür verantwortlich und sagt du bist es gewesen auch wenn derjenige sich nicht daran erinnern kann äh auch wenn wir ganz unbewusst durch die Gegend laufen sind wir eben doch immer der der wir sind also ähm und insofern auch dann eben dafür verantwortlich auch wenn uns das in dem Moment nicht so ganz bewusst ist was machen wir denn da eigentlich ja okay Raph nicht noch länger ziehen alter Schwer du hast jetzt in zehn Sätzen dreimal die gleiche Aussage ja das ist ja auch gut die Idee und so aber ich weiß jetzt nicht worauf du hinaus willst ja gut ich weiß nicht ob die Idee gut ist der Punkt ist nein das ist ja auch klar ich meine jetzt nur ja dann sag doch den Punkt und so dann äh sag ich das sowas sonst sag der Teufel hat ein Interesse ja und äh für dieses Interesse schickt er den Typen los sich selbst zu finden mhm und dann ist eben die Frage was nützt es dem Teufel am Ende ja will er dass äh ein Deal realisiert wird der irgendwo mal abgeschlossen worden ist und so weiter ja letztendlich will er seine Seele fressen und 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 aber wieso ist das denn dann dafür nötig wenn man sich fragt was ist denn nötig dann kommt man zur Antwort dass der Typ sich über sich selbst bewusst wird also ist das etwas das ist das ist was nötig ist damit der Teufel zugreifen kann damit ähm auch die Verantwortung und so weiter gegeben ist und äh da frage ich mich dann warum ja äh ist die Seele vorher tot wenn das Bewusstsein fehlt musste die reanimiert werden oder was keine Ahnung was das da für eine Aussage sein soll ja erst mal doch mehrere erst mal Nummer eins dass er dass das funktioniert hat der Trick dass sie quasi darin versteckt ist und dass er da nicht in Anführungsstrichen offiziell wenn sie nicht richtig da ist ne nicht zugreifen kann wie du sagst wenn es kein Bewusstsein hat dann weil der Teufel natürlich gerne spielt ne das ist natürlich das ist so sein Ding das ist ja auch das was den Teufel so ein bisschen ausmacht dieses Verführen dieses Langsam dass Leute irgendwo leiten und steuern den Menschen an sich dann das Dritte ist ja auch ich meine das ist ja auch klar und einfach wird so gezeigt ich meine am Anfang da pellt er das Ei und er ist dieses Ei was er mit ihm macht er nimmt Stück für Stück von der Schale und zeigt ihm Stück für Stück weil er er offenbart das ja er findet es ja nicht selber selber heraus er schubst ihn ja schon immer überall hin er zeigt ihm das ja quasi das ist ja sein Ding wie schnell er es macht auch und so bis er ihm bewusst wird wer er ist und so er will ja dass er so richtig diesen Leidensweg macht was ja auch witzig ist weil hätte ich den vor Oldboy so bewusst gesehen das ist ja eins zu eins der Film ist quasi mit dem Twist sogar witzigerweise bei Oldboy erstmal dieser Leidensweg dass er ihn leiden sehen will und ihn tagelang einsperrt und er weiß nie wieso dieser Oldboy er leidet und muss da machen und muss herausfinden und weiß es nie wieso und dann kommt dieser Twist der hier auch dasselbe ist witzigerweise das ist ja witzig und deswegen und dann wenn er das Ei gepellt hat er hat ihm alles erklärt dann ist da seine Seele dann kann er sie nehmen und so ne also jetzt weiß ich nicht was du noch da willst naja die Sache ist die worüber ich halt nachgedacht habe ist es jetzt eben auch biblisch aber Jesus hat doch gesagt denn sie wissen nicht was sie tun also so nach dem Motto Gott sei barmherzig ja bestraft diese Menschen jetzt nicht denn sie wissen nicht was sie tun das heißt das ist ein Hinweis dafür dass der Mensch nicht verantwortlich gemacht werden soll erst irgendwie so ja nur weil er nicht weiß was er tut ja so um zu wissen was man tut ist das Bewusstsein sozusagen nötig das Wissen von sich selbst im Grunde genommen ja deswegen sage ich ja auch dass er sich das mit dieser schon alleine mit der posttraumatischen Syndrom-Metapher-Ding dass er sich ja selbst finden muss dass das ja das Ding ist seine Bestimmung und dass das Leben hier keinen Sinn mehr hat auf der er sieht sozusagen überhaupt dass er nicht da ist und so ja aber letzten Endes war das sein letzten Endes war es ja so dass gesagt wurde okay er kann glücklich irgendwie weiterleben wenn er so wenn er seine Vergangenheit quasi vergisst das heißt man sagt ja auch manchmal zu manchen Leuten hey denk nicht so viel und so sei doch lieber einfach glücklich schlepp das doch nicht mit dir rum vergiss es einfach und so weiter ja und diese Glückseligkeit die da vielleicht auch tatsächlich bei eintritt wenn man dann gedankenlos und erinnerungslos einfach so durch die Gegend blubbert und so ja ist gleichzeitig etwas was irgendwo das Bewusstsein schmälert und wo man denkt okay richtig leben tut derjenige dann ja auch nicht er weiß ja schon gar nicht mehr wer er selber ist wird nur noch von einem zum nächsten irgendwie gelenkt und gesteuert und so weiter ja ja aber wenn du so darauf eingehst ich meine jetzt du sagst ja einfach so offensichtliche Sachen und so oder weil das Ding ist doch dann ist doch viel wichtiger und die Frage dann hier wenn du es so hören willst was ist was ist die Seele was ist der Mensch ist es die Seele oder der Körper weil der sich ja nicht erinnern kann weil es ja ein anderer Körper ist mit seiner Seele und so weißt du so dieses Durcheinander das ist ja der das ist der Punkt und das ist der Punkt da kannst du nehmen was der Mensch ist und was ist jetzt kann er das Leid tragen hier wird ja in dem Film eben genau dieser Zwiespalt dargestellt zwischen diesen beiden Instanzen die wir in uns haben ja und deswegen glaube ich auch dass gezeigt wurde dass auch der Teufel selbst verschiedene Instanzen hat nicht nur da in dieser Erscheinung imposant auf einem thronähnlichen Stuhl mit Bart und so sondern eben auch in so einer Mönchskutte das Blut abwischend und so weiter und so weiter genau so sonst noch etwas cooles oder nicht so cooles ja letzten Endes sagt der Film dass wir Menschen uns die Hölle selbst machen denn die Akzeptanz dass wir bestraft werden müssen beziehungsweise ein Schuldbewusstsein was damit einher geht was wir getan haben zeigt ja dass wir ansonsten weit von der Hölle entfernt sind wir leben einfach unser Leben und erfreuen uns und sonst was alles aber aber wenn wir anfangen uns selbst zu bewerten wenn wir uns auf die Suche nach uns selbst begeben wenn wir dann also auch noch ein Schuldbewusstsein entwickeln dann ist dann entsteht eben genau daraus letzten Endes die Hölle ja und dieser Schritt nach uns selbst zu suchen und selbst zu finden und so weiter ja das ist ja im Prinzip auch das was vom Teufel ursprünglich eingeleitet wurde wir kennen das von Adam und Eva plötzlich haben sie entdeckt dass sie nackt sind das heißt sie haben ein Bewusstsein entwickelt und wodurch haben sie das entwickelt ja weil sie vom Teufel verführt wurden sich selbst zu entdecken und genau in dem Moment ist die Hölle erst entstanden und hier wird im Film metaphorisch uns gesagt so wenn sobald du ein Schuldbewusstsein hast was eben der Preis auch dafür ist dass du dir über dir dich selbst bewusst wirst dann äh machst du sozusagen schon das Tod zur Hölle sozusagen auch ja aber das impliziert ja auch dass du was Schlimmes getan hast ne sozusagen ja das haben wir ja alle Menschen ja das ist ja sozusagen die die Ursünde die darin besteht nein die Ursünde besteht darin dass wir ein Bewusstsein für uns selbst entwickeln denn in dem Moment entfernen wir uns von Gott und diese Entfernung die dann entsteht diese Distanz ja ist die ist diese ist diese Schuld ja aber du lässt jetzt natürlich dann müssen ja alle Menschen da bestraft werden dann müsste es ja quasi ein Endszene auch in dem Film geben ja genau genau das ist es ja auch genau das sagt ja das Christentum ja aber das wird ja ja aber du musst schon beim Film bleiben also im Film passiert das ja nicht jetzt doch er sagt es ja ja aber alle Menschen werden doch nicht bestraft es wird nur einer bestraft und der in dem Film wird gesagt alle Menschen ja aber wir sehen nur einen und es geht doch darum dass ja aber der Teufel sagt es doch ja aber er will alle haben aber wir sehen jetzt doch nur bei einem wieso passiert es bei ihm weil er was Böses für dich getan hat was Heftiges wir wissen ja noch nicht ob er in die Hölle kommt du weißt ja wie bei Faust von Goethe noch ist er noch lebt er ja ja aber wir haben auch gesehen wie in einem Fahrstuhl steigt und dann runterfährt ja trotzdem da geht das ist meiner Ansicht nach noch nicht noch nicht entschieden okay gut und was ist dann mit was ist dann mit darum wieso muss das überhaupt dann erst stattfinden mit dem Seele verkaufen vorher wenn es nur um die Strafen allgemein geht eins möchte ich mal jetzt eben noch zwischendurch bitte bitte bereite ich habe ja aber das geht doch genau auf dich ein die Frage oder nicht ja aber lass mich trotzdem etwas allgemeineres sagen jetzt weil wir da in so einen komischen Tenor gelangt sind wenn wir einen Film sehen und in diesem Film wird irgendetwas metaphorisch dargestellt oder ein Symbol oder sonst was und dann gehen wir darauf ein und sagen ja das hat die und die Bedeutung ja dann trägt das ja auch zur Betrachtungsweise bei und hier haben wir verdammt noch mal den Teufel leibhaftig wir haben andere andere Religionen noch wir haben die Kirche und so weiter aber ganz eindeutiger geht es ja gar nicht den Teufel so und mit diesem Teufel ist eben auch die Bibel automatisch verknüpft und dann muss der Film jetzt nicht den ganzen Bibelinhalt wiedergeben sondern wir wissen dann ja Bescheid dass es diesen Bezug gibt und wenn man den dann heranzieht und sich überlegt okay welche Rolle spielt der Teufel überhaupt für den Menschen in dem Sinne ja und welche Rolle spielt er jetzt in diesem Moment in dem Film für diesen einen Menschen der explizit rausgegriffen wird dann ist das doch absolut zulässig dann kannst du natürlich sagen nee ich glaube nicht da dran das ist für mich alles Quatsch den Teufel gibt es nicht okay aber das spielt ja gar keine Rolle aber du kannst natürlich auch sagen nein der Film das ist archetypisch gemeint das muss man auf einer anderen Ebene betrachten dann hast du natürlich recht dann kannst du natürlich mit all dem was ich jetzt in Bezug auf die Bibel und so weiter gesagt habe gar nichts anfangen und du müsstest das als Blödsinn klassifizieren wenn du das so oft auf diese anderen Ebene sozusagen betrachtest und ich persönlich weiß ja auch nicht wie der Film tatsächlich gemeint ist aber manche Dinge die fügen sich eben auch zusammen irgendwo ja aber deswegen habe ich ja gefragt wenn es um die allgemeine Sinne geht wieso erst einer seine Seele verkaufen muss dass er dann gejagt und gesucht und gefunden werden muss das hätte er dann auch einfach so hätte er zum Beispiel jemanden ermordet oder irgendwas gemacht was ein bisschen schlimmer ist oder gar nichts vielleicht weil er einfach Krieg da ist das wäre ja noch dann mehr dem nah was du jetzt gesagt hast und dann hätte er wirklich Amnesino gekriegt und deswegen ist seine Seele quasi verwirrt und weiß nicht mehr wer er selber ist kann ja passieren Krieg Kopf irgendwas ist da gekommen wie es dann so da suggeriert wird und hat es vergessen aber wieso muss er vorher seine Seele verkaufen das ist halt die Frage dann wenn es um dieses allgemeine Ding geht was du sagst verstehst wieso muss er und er hat ja seine Seele in Anführungsstrichen nur dafür verkauft dass er ein berühmter Musiker wird und da war er sich seiner ja auch bewusst ja und insofern hast du recht also sehr bewusst wenn er mit dem Teufel einen Pakt schließt und dann Voodoo und dann aber Voodoo macht was ja gar nichts mit dem Christentum zu tun hat was ich witzig finde da kämpft so Voodoo gegen Christentum auch das ist ja auch interessant irgendwie um dann sich zu verstecken dann mit einem Zauber auch noch da müsste eigentlich Gott auch vorbeikommen und sagen so Entschuldigung das geht nicht ja spätestens sogar schon oder sogar schon ganz früh also wenn er den Teufel selbst beschwört ist das ja dann schon eine totale Abwendung von Gott und damit müsste es eigentlich dann schon vorbei sein weil es ist ja ein Pakt das ist ja nicht irgendwie so dass er für irgendwas bestraft wird sondern er ist ja selber dieses er muss ja nur seine Schulden bezahlen darum geht es ja wirklich so ganz standardmäßig das könnte mit jedem Menschen sein das könnte mit allen sein ja und insofern ja hast du recht das passt dann wieder nicht mit den biblischen Bezügen und so weiter dass sie dargestellt werden sollen vor allen Dingen auch der Detektiv selber der macht ja auch noch einen auf moralisch und fängt bald an zu weinen weil er irgendwelche Leichen sieht oder weil ihm plötzlich klar wird oh war ich das war ich das und so und plötzlich kommt er nicht mehr klar und so und so ein ja verstehst du also das bringt das Ganze dann wieder zum Wackeln und durcheinander dann habe ich mich auch wieder gefragt ja daran passt es dann wieder nicht da da ist dann alles was ich gesagt habe hast du dann sozusagen mit dieser Einfrage weggewischt ja deswegen wollte ich zuerst das andere loswerden wo du wusstest was kommt ja ja ich das da bin ich jetzt selber noch nicht mit aufgekommen aber wo du die Frage gestellt hast war klar jetzt bricht das Kartenhaus auch wieder zusammen weiß ich ich war gerade schon dabei zu glauben oh ja das hat voll die biblischen Bezüge man muss sich nur dann hat es ja auch und so das ist ja alles gut nur du erzählst dann sehr sehr allgemein und groß was ja auch gut ist aber das Ding ist halt ich war auch ein bisschen enttäuscht zum Beispiel in dem Film dass jetzt der Grund der Verkauf der Seele war das er so ein berühmter Musiker wie dieses Ruhm und nach mehr und so könnte man natürlich auch wieder biblisch sehen so der 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 Mensch möchte gottnah sein und so groß wie möglich und so dass du das auch als Sünde sehen kannst so willst du noch was zum Film Film wirklich sagen also zum Beispiel wann Wasser auftaucht wieso Wasser auftaucht die Ventilatoren was die heißen dass zum Beispiel der Film ja weil das Allgemeine hätten wir jetzt auf jeden Film münzen können dann zum Beispiel dass Mickey Rook als das erste Mal dann Robert De Niro trifft und die dann er für ihn diesen Auftrag annimmt und dass er wieder so ein Pakt ist ihm auch die Hand so gibt und das wird auch so offensichtlich inszeniert so als würde das guter Hinweis hier entsteht ein zweiter Pakt sehr interessant ja und dass er eben so gut rückwärts quasi erzählt wird weißt du das ist so als wäre das der Pakt auch der erste Pakt als er die Seele verkauft hat auch zum Erinnern das ist der erste Anstoß um sozusagen die Zeitlinie rückwärts zu gehen und ihm darauf zu bringen auf den Punkt wer ist und sowas alles also dann natürlich sieht er sich auf den Spiegel und alleine da weiß man schon weil er sich so auf den Spiegel geguckt hat dass er er halt war verstehst du dass er halt der der er selber ist den er sucht und so das sind auch immer so das merkt man dann einfach wie es inszeniert wird und so und dann seine Tagträume die er natürlich hat auch immer vor diesem Fahrstuhl der halt in die Hölle geht wo halt hingehört oder wo auch immer dann vielleicht nicht in die Hölle aber auf jeden Fall runter geht und solche Sachen ja hast du dann auch irgendwas so mäßig Bildi weil auch gerade am Anfang der eine Ventilator der steht bei ihm bei Robert De Niro wird ja auch ganz deutlich gezeigt der auf ihn zeigt weil er ja Wärmelieb vielleicht so ganz doof gesagt nicht diese Kälte Moment also in der ersten bei der ersten Gingung mit Robert De Niro ja wird auch ein Propeller gezeigt der sich aber rechts rum dreht und seine Richtung nicht ändert ja also der es gibt zwei zwei Stück Ventilatoren einer zeigt zu Robert De Niro und der dreht sich gar nicht also der ist aus ach so ja das meinst du oder ein anderer ist in eine andere Richtung der geht und da guckt auch Mikrooks so besonders hin und so weil ihm natürlich auch heiß ist und so weil er natürlich auf die Hitze steht jetzt doof gesagt dieses Teufel Hölle Feuer und so und immer wieder sieht er diesen Propeller der natürlich auch steht für dieses Rad was den Aufzug runter dreht das Seil was am Ende nochmal betont wird wenn wir diesen Aufzug sehen verstehst du das auch noch und das auch vielleicht manchmal bei einer Überblendung sehen wir auch dass eine Schaltplatte irgendwie ja also genau das ist auch noch dafür alles ist so erst mal dass er auch in dieser in seiner Mühle ist quasi die ganze Zeit und er sich um sich selbst redet weil es ja auch um ihn selber geht und so also jetzt mal vor diesen filmischen Symbolen über die Geschichte und darauf zu kommen dass er selber worum es geht und auf diese Twists zu kommen die sogenannten wie fand's denn am Ende dass er seine Tochter gefügelt hat wieso und warum und ey der Hammer ist ja erzähl weiter ne ja weiter erzähl erzähl der Hammer ist that's what she said dass ich erst spät begriffen habe dass jetzt ja eigentlich seine Tochter der hat ja jetzt eigentlich Sex mit seiner Tochter also verstehst du das ist mir erst so später richtig erst gedämmert ja ich hab das erst gecheckt als er es gesagt hat quasi da hab ich es erst gecheckt oder kurz vorher ich weiß nicht als sie irgendwas haben die das gesagt mit der Frau aber ich glaube das ist ganz spät auch das hab ich auch ganz spät weil ich auch nicht weiß wofür das jetzt wichtig ist außer dass du eine mega Sünde begehst und so und damit den Antichristen von mir schaffst dieses Baby was da war oder so ja das Kind war ja schon vorher da genau das war eben schon vorher da aber hat dann auf einmal diese Teufels Augen deswegen verstehe ich alles noch weniger vielleicht über alles das Teufel vielleicht war das auch das Kind des Teufels warte warte ich weiß wieso er selber hat ja dieses Kind gekriegt das ist ja sein Kind ne wessen Kind von Mickey Rook das Baby ne wie so nein ne war das nicht so nein ich glaube dass das war genau das Kind was schon ach ne das kann ja gar nicht was red ich denn da siehst du jetzt komm ich dich leider geht ja gar nicht das war schon da einfach vom anderen Typen ne du meinst vom Teufel vielleicht es ist sozusagen sein Enkelsohn wenn man so will ja genau sein Enkelsohn ist ja auch also weil er nämlich als er die andere Frau gefügelt hat war seine Seele schon verkauft an den Teufel und deswegen gehört alles ihm vielleicht ah interessant und deswegen ist das auch so und dann muss der noch mal die Tochter und so natürlich noch mal als so eine kleine Strafe so ne und so ein bisschen fertig machen so wie bei Oldboy halt ne witzigerweise genau wie bei Oldboy Alter das ist echt witzig gescheuhe wieso hat der nie einer ich hab da auch oft Oldboy nein nein guter Hinweis sehr sehr guter Hinweis und dann kommt ja dieses Bild wo halt die Teufelsaugen mit dem Baby sind ne ja was so ein bisschen schlecht gemacht ist ne also da haben sie das Baby und der alles ist ein Foto und nur der Kopf ja ja die Augen bewegt sich so leicht es war ganz komisch das war ein bisschen doof das war ein bisschen peinlich so als letztes Bild fast schon so ne aber wie er dann also rumheult zwischendurch hast du recht ist auch geil Alter das stimmt das macht auch die so mit Robert De Niro das war ja zu viel ne ja das hätte man subtiler hinkriegen können ja weil es war ja alles nicht subtil ne also wenn alles so subtil gewesen wäre dass man nichts checkt und auf einmal ist es der Teufel da macht man die Augen so mit dem Überraschungseffekt dass man denkt so what das ist der Teufel dann okay aber wir wussten alles ja schon es ist ja schon er hat diese fucking Fingernägel der ist da so wir wissen alles schon die Namen Louis Seifer bla bla und so und das war natürlich auch dass dann Mickey Rook nochmal sagt ah Louis Seifer so für die ganz dummen nochmal und selbst wenn man es dann nicht wüsste ist egal dann guckt man den irgendwann nochmal und denkt so ach Moment mal das ist mir damals nicht aufgefallen weil das ist jetzt hier auch nicht wichtig so also ich sagte ganz ehrlich wenn jetzt eine Figur draußen steht ja die so irgendwie brutal aussieht und mit solchen Augen durch die Gegend rumläuft und so weiter ja die würde mir weniger Angst machen als ein Mensch der so ein gewisses Charisma hat und so weiter aber von dem ich dann gewahr werde das ist der Teufel das würde mich mehr groß sein ja gut auf jeden Fall und wenn ich so die Nonnen sehe mit ihren schmalen trockenen Lippen oder den Papst dann habe ich auch diesen Grusel-Effekt musste ich jetzt mal loswerden nein ist ja auch so aber was man sie kennt ja aber gut für mich bleibt so als Quintessenz okay das eigene Bewusstsein ist eben ein Schlüssel auch für das unglücklich sein ja ich meine so Psychoanalytiker C.G. Jung und so sagen das ja auch ist ja logisch ja ist ja logisch also ich meine absolut logisch da brauchen wir ja da brauchen wir keinen Film für damit das klar ist aber ich glaube dass dass dieser Film auch mit unterstrichen hat sag ich jetzt mal so ja dass das der Preis ist für das eigene Bewusstsein dass wir uns plötzlich klar werden dass wir nackt sind oder dass wir Scheiße gebaut haben oder leiden und keine Ahnung was ne und dadurch haben wir ja auch erst möglich sowas wie eine Empathie für andere und so weiter ja da nehmen wir auch an deren Leid teil weil aufgrund unseres eigenen Bewusstseins haben wir eine Vorstellung davon wie die sich dann fühlen und so weiter und so weiter und so weiter ne eine totale Verkettung bringt uns absolut in den Wahnsinn in den in den Fahrstuhl nach unten sozusagen ja trotzdem sind wir auf dieser Suche nach uns selbst ja das ist das Verrückte ja ich weiß nicht ob wir immer auf der Suche nach uns selbst sind oder auf der Suche dass da auch so eine Ausrede ist und so eine schöne philosophische Metapher für irgendwas ist und so ne wir sind auf der Suche nach uns selbst weil wenn wir uns selbst gefunden haben das ist das größte Glück und so ne weil es muss eine Bestimmung für uns geben die gut ist und letztendlich geht es nur darum so ja ich will irgendwie berühmt werden ich will Geld haben ich will irgendwie glücklich werden und so ne und das wird immer so genannt so mit der Suche auf uns selbst ne die ja einfach unendlich ist und so weißt du das ist einfach nur so unser Leben zu halten weil wir diese Suche nach uns selbst weil wir dann auch einen Spiegel benutzen wollen in dem wir uns sehen und der Spiegel sind dann eben andere Menschen die uns reflektieren oder der Teufel oder der Teufel und wir wollen uns ja möglichst toll sehen ja also sind wir auf andere Menschen angewiesen um uns selbst irgendwie dadurch reflektiv zu sehen sozusagen naja das ist aber so wenn du dein Selbstbewusstsein und dich selbst findest und siehst du bist du bist nur ein Loser du kannst eigentlich gar nichts gibst dir keine Mühe und so okay vielleicht bist du dann auf jeden Fall glücklich wenn du damit ein Verständnis bist und ehrlich bist aber zufrieden vielleicht doch nicht und dann doch nicht glücklich und naja da war es alles nicht und deswegen geht dann doch der falsche Weg könntest du sagen wann du in deinem Leben am glücklichsten warst ich frage dich jetzt gar nicht wann das gewesen sein soll vielleicht sind es einzelne vielleicht sind es verschiedene Phasen und Momente oder gibt es gibt es da eine eine Zeit eine ganze Zeit wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest da warst du am glücklichsten also gerade dieser Moment immer wenn ich mit dir einen Podcast mache Ralf jedes Mal das finde ich bedenklich ich dachte die Pause wäre noch länger also okay ja ich wusste gar nicht mehr was ich sagen sollte jetzt habe ich natürlich voll Druck dass ich öfter mit dir Podcast mache weil ich möchte ja auch dass du glücklich bist aber wieso wieso sollte ich das wollen macht mich das glücklich wenn du glücklich bist ja wer weiß man weiß es nicht das wäre auch nicht schön ne eigentlich kann sein dass es so ist ja und ehrlich gesagt es gab glückliche Momente in mir wo ich jetzt also ich habe jetzt nicht gedacht ich bin der Teufel oder so aber wo ich doch eine gewisse ja Identifikation damit hatte jetzt aber bitte nicht falsch verstehen ne nicht dass ich jetzt plötzlich gedacht hätte ich wäre jetzt der Teufel oder sowas ja es gibt ja auch so Leute die plötzlich so wahnsinnig rumlaufen und denken sie wären Gott oder irgendwie so ein Schwachsinn oder was ne nein nein das nicht aber wo ich doch so mehr damit im Einklang stand und ehrlich gesagt das hat was Befreiendes und letzten Endes ich bin katholisch erzogen worden und insofern hatte das was Befreiendes vielleicht dann auch für mich ne okay ja sozusagen ja ne das verstehe ich nicht falsch aber ja meine Mutter hat mir später noch erzählt dass ich als siebenjähriger in der Kirche ne Kerze angezündet hätte und auf die Frage für wen die wer gesagt hätte für den Teufel dann kommt der vielleicht auch noch in den Himmel hm und siehst du als Kind hatte ich da eben eine andere oder unvoreingenommenere äh Sicht weise ja mir war das weniger bewusst was das bedeutet oder irgendwie sowas in der Art ne ja also ich glaube die meisten Menschen würden sagen sie waren als Kind am glücklichsten ne ja da wo das Bewusstsein vielleicht weniger ausgeprägt war okay okay ich weiß es nicht okay okay aber jetzt können wir sagen okay dann sagen wir noch dann sind wir uns einig dann machen wir es so ich bastel es ein bisschen um in meinem Gehirn und der Fahrstuhl führt vielleicht in die Hölle aber vielleicht ist der ganze Zeit der Fahrstuhl der weiterfährt und fährt ins innere Bewusstsein ins innere Bewusstsein dann machen wir das halt so und das ist halt dann gleichstehend mit der Hölle quasi weil er ja das wie in die Hölle ist ey geil das gefällt mir okay dann haben wir das jetzt genau das gefällt mir ey das ist geil ey jetzt haben wir den Film verstanden man ja gut das ist es ja perfekt das ist es ey 100 pro ey schade dass keiner mehr zuhört nach zwei Stunden jetzt ich hatte noch eine Frage die sollte ich mir aber sparen das ist ja jetzt total doof wenn ich die jetzt noch bringen würde ich weiß nicht wieso sagst du das denn dann jetzt musst du es sagen das ist so so wie sagen das ist so das ist so wie wenn du deinen Solo-Podcast machst da kommen dir auch Gedanken die du sagst und dann hast du es nur mal gesagt ich bin aber alleine weißt du da bin ich so ehrlich und so weil ja gut aber dann sagst weil damit ich irgendwie einen Dialog mit mir selber auch habe deswegen sage ich alles wieso mussten die denn alle sterben wieso die sterben mussten wieso mussten die denn ja weil die es alle wussten irgendwie die hatten alle das sind alle die Leute mit ihm zu tun hatten aber seine Tochter wusste ja noch nicht mal dass er Johnny ihr Vater ist ja weil das ja der andere Körper ist man ja aber bei ihr gab es doch keine Bedenken also die hätte doch weiterleben lassen können ne das ist glaube ich so dieses Ding so damit er am Ende so mega leidet seine Tochter gefögelt und getötet das ist so diese Extreme und da sind alle Spuren verwischt und das ist wahrscheinlich auch dieses Blutopfer was wir brauchen wahrscheinlich steht das irgendwo im satanischen Buch dass genau das durchgeführt werden muss damit dieser gut und jetzt ist aber die Frage die Art und Weise wie getötet wurde außerdem ist es gut für den Film ne der einen Frau wurde das Herz rausgeschnitten äh das ist ja nur das ist ja genau das mit diesem rückwärts erzählen was ich meine mit der Hand geben ab da an was dann das passiert ist er wurde berühmt er geht zu diesem Musiker was er damals auch gemacht hat weil er wurde ja Musiker berühmt dann geht er zu der Frau die halt dieses Ritual mit ihm durchgeführt hat indem er ja das Herz von dem anderen essen musste was er da ja auch getan hat und so weißt du das ist alles spiegelt das nur wieder um ihn darauf zu bringen halt ne wenn du gleiche Sachen tust die du die du damals getan hast nicht mehr weißt dann schaltet ja dein von mir aus vom Körper her was auch immer dieses Bewusstsein da ein aber der brutale Mord von seiner Tochter also ich will jetzt gar nicht wiederholen das ist einfach die Krönung das ist wie so das I-Tüpfelchen weißt du boah war das pervers ey war das pervers mein Gott ey war das pervers echt ey das ist schon überhaupt so das Gefögel da wie sie das inszeniert haben meint sie und alles ne mit dem Blut von oben nein nein ja aber das war auch heftig oder nicht das war auch so wo man seinen Revolver gefunden hat ja ja okay ey alter Schwede wenn du das mal vorstellst ey jemanden so zu erschießen ey unglaublich ja das macht man ja auch nicht nicht dran denken nicht ja das ist so wie jetzt musst du dran denken ne ne ich muss da dran denken weil wenn mir wenn so etwas gesagt wird weißt du ich hab sofort bildhafte Vorstellungen ey das ist der Hammer und was ich dann für Bilder habe ist zehnmal schlimmer als irgendein CGI oder was weiß ich oder Hitchcock da inszenieren könnte boah echt ey deswegen also da hab ich gedacht Scheißfilm ey Scheißfilm ne so jetzt ist meine Frage ne hast du das Cover gesehen das jetzt alle hier gesehen haben was ich gemacht habe für die Folge ne hab ich das gesehen ja das hab ich dir geschickt aber das ist jetzt natürlich schon zwei Wochen her weil wir so lange gebraucht haben bis wir ja ja ne was wäre das die Dingste an Mann weißt du echt nicht ne weißt du diese Szene wo Mickey Rook da in dieser Bahn sitzt hm da wo er ähm bei den Schwarzen sitzt hm und da steht ja 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 da steht vorne vor Colored Patrons Only ach das ja 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 wieso Bahn das war doch ein Bus ja ah nee das ist also dieses Ding da diese Tingle Bahn ist das ja glaube ich ja 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 richtig ja richtig richtig boah ich dachte zuerst das wäre ein Bus nein ist ja auch egal letztendlich was es ist ist ja auch egal nee das ist mir nicht egal verdammt da zweifle ich doch in meinem Verstand aber egal erzähl weiter so gut egal ja ich hab das doch ich hab dann Colored hab ich doch geändert ich hab's ausgetauscht sieht aus als wäre das Original so damals gewesen vor Cinefeel Patrons Only schön ne boah jetzt äh das hast du nicht gesehen du Huse oder was du bist echt ein Arschloch doch das hab ich gesehen ich geh mir voll Mühe und so was soll das was soll das ich hoffe die da draußen haben das alle gesehen ey das gibt's ja nicht nein 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 alles klar ich hab's gesehen aber ich wusste dann nicht so viel damit anzufangen alles klar ja nein ich weiß ich weiß es wieder ganz genau okay doch das ja nein das sieht man und das ist jetzt nochmal die nächste doofe Frage ich bin jetzt voll durcheinander auf einmal bist aber auch heute irgendwie aggressiv assi äh ja das und das kommt noch was cooles teuflisch das andere ist ich bin jetzt ganz durcheinander gekommen jetzt bin ich ganz durcheinander ich weiß gar nichts mehr ey aber wenn dich das glücklich macht du hast ja gesagt du bist dann glücklich wenn du Podcast machst wenn das dein Ausdruck von Glück ist okay dann weiß ich jetzt Bescheid teuflisch sein ist das beste du ey am Ende äh ich meine so er hat ja der Typ das ist jetzt letzte Frage jetzt hab ich nämlich wirklich alles vergessen ich bin grad jetzt voll durcheinander Mickey Rooks Körper ist das der Körper von dem richtigen Liebling von Johnny Favorite oder hat er ich glaube ja ja ne das ist ja sein Körper obwohl er es unlogisch ist weil er ja das Herz daraus geschnitten hat wie kann das sein nein deswegen nein nein er ist ja selber Favourite das passt ja nur nur Harry Angel von dem hat er das Herz gegessen sozusagen oder so okay ne so muss das ja sein also war Mickey Rook immer selber Mickey Rook vom Aussehen kann aber nicht sein weil er doch die Leute trifft die ihn kannten also muss doch ein anderer Körper gewesen sein so und weil er Musiker ist als also Mickey Rook selber der weiße der Körper also kann es sein dass er die Seelen getauscht hat und dann das Herz gegessen hat oder von einem ganz anderen Herz gegessen hat weißt du von sich selbst quasi dann ja wie kann man das Herz aus einem Körper rausschneiden und dann später diesen Körper besitzen und damit rumlaufen also das ist die Frage ja weil ich denke jetzt ey war jetzt die dümmste Frage überhaupt deswegen hab ich dieses Cover jetzt auch noch mal angesprochen und es würde ja alles passen ist jetzt Mickey Rooks alter Körper nicht der jetzt Mickey Rooks Körper ist ein anderer weil sonst hätten ja alle erkannt und der Körper war schwarz und deswegen noch der Hinweis wenn er da sitzt vor dem Sitz wo eigentlich nur Schwarze sitzen sollen und das so groß da drauf steht und er sich da wohl für das so automatisch macht so instinktiv unbewusst verstehst du weil wieso sollte er in der Zeit mit einer Schwarzen zusammen zu sein Kind zu zeugen in einer schwarzen Band so Musiker zu sein so Jazzmusiker mäßig und alles das hört sich nach dem Schwarzen an der dann aber auch zu Voodoo Leuten geht hört sich auch nach dem Schwarzen an jetzt doof gesagt zu der Zeit und so wir sind ja in den 50ern der komischerweise aber mit einem Christen mit einem Teufel im Pakt angeht aber gut wir wollen jetzt hier nicht zu war er deswegen wegen Wirklichkeit schwarz und er ist immer in dieser Schwarzen Gegend vorher das würde alles passen halt verstehst du oder hat er sich jetzt ja so irgendwie komm ey das ist so richtig dumm nein nein der Gedanke überrascht mich aber da sieht man zu welchen Gedanken man kommen kann bei diesem Film und das finde ich irgendwo das Geile auch wenn vielleicht letztendlich das Ganze dann trotzdem nicht schlüssig wird aber es ist schon das feuert schon so den Gedankenapparat an was du jetzt gesagt hast da kann ich gar nicht drauf eingehen so schnell ja aber ich sag auch wenn man wieder guckt die Atmosphäre ist halt so gut man wird da so eingesogen und so diese Widerlichkeit und so das ist kein richtiger Horrorfilm aber dadurch entsteht so eine Art Horror wenn man so einen Ekel empfindet und so da eingesogen wird und da sehe ich dass ich einen Fehler gemacht habe genau wie bei deinem Cover ich sehe etwas es fällt mir was auf und dann denke ich aber trotzdem nicht weiter drüber nach vergess es dann sogar wieder und so weiter und so war das bei der Szene nämlich auch ich habe auch gedacht warum sitzt der da jetzt das steht doch nur für Schwarze und so weiter und da wird ja richtig deutlich gezeigt und obwohl das so deutlich ist ja das muss dann ja eine Bedeutung haben oder so habe ich dann nicht so weiter drüber nachgedacht ich habe aber drüber nachgedacht und dachte so okay wenn er jetzt wieder einen subtilen Hinweis gibt der Regisseur so eben wegen rassenfeindlich und so ihm ist das egal so ne könnte ja auch sein die Charakterisierung ist das egal schwarz oder weiß und einfach nochmal als Hinweis guck mal so war das damals die wurden getrennt gesetzt und so ne so ein subtiler Hinweis aber jetzt gerade kommt mir das weil ich an das Cover denke und ich da fragen wollte jetzt gerade ist mir der Gedanke jetzt gekommen Moment mal weil das ergibt alles Sinn der müsste eigentlich schwarzer gewesen sein vorher und jetzt nachher gucken wir den nochmal und dann wird das irgendwo gesagt oder man weiß es deutlich oder wer welchen Körper hatte oder was da passiert ist oder jeder Zuhörer weiß das jetzt schreibt in die Kommentare ich freue mich sowieso immer wenn Leute schreiben ne ob es jetzt auch negativ ist positiv und so ne natürlich net negative Kritik oder so ne wenn man was zu beanstanden hat freue mich immer wenn einer sagt ey ich habe den Podcast gehört Punkt gut mal eine Frage über den Film hinausgehend also Mickey Rourke hat super gespielt ey ja wir müssen auch nochmal Entschuldigung warte bevor du jetzt nochmal in andere Filme gehst du hast recht ich liebe die Szenen die so ruhig sind und ihn so nachdenklich zeigen wenn er da in diesem Diner sitzt alleine am Ende der Bar seinen Kaffee trinkt und so wenn er an der Treppe wenn er irgendwo sitzt immer und so ne ich mag das ist schön das mag ich voll gerne und Mickey Rourke macht das super wie er halt auch nachdenklich in diesem Zug sitzt mit seiner Zigarette auch jedes Mal und so diese Bilder sind so geil weil wenn er da raus geht ans Meer weißt du noch an einem Strand wenn so gefilmt wird dass der Himmel halt überragt das auch so Dinge ist noch er ist noch oben so Himmel-Hölle Verhältnis und so könnte man auch sagen wo er gerade ist und befragt er gerade seinen Kumpel Michael oder so vielleicht weißt du und nicht Lucy keine Ahnung auf jeden Fall schöne Bilder auch und so also Alan Park hat das schon gut gemacht und ich hab nochmal Mississippi Burning geguckt der auch gut ist Angel Heart ist ja auch also Prime aber ich finde auch Mississippi Burning wird zum Ende sehr konventionell und schlechter und hier ist das auch so ein bisschen dass Alan Park es nicht ganz schafft so irgendeine Aussage so richtig auf den Punkt zu bringen außer was wir jetzt so mit durch harte Interpretationen und sehr weit schweifende Sachen so mit reingebracht haben was ja auch Spaß macht muss man sagen egal ich hab ja vorher schon gesagt also ich meine ich hatte ja nichts Schlüssiges parat bis auf das was du dann zum Schluss ausgesagt hast ja wir haben uns halt gegenseitig hochgeschaukelt wieder so mit Ideen mit dem Aufzug das Ding das mit dem von wegen es geht in das innere Bewusstsein und gleichzeitig ist das auch die Hölle und so das hat mir echt super gefallen und viele andere Sachen die wollte ich die ich hab ja gesagt ich hab jetzt keine große Neigung irgendwie die ganzen Gedanken die mir gekommen sind zu sagen weil sie nichts Schlüssiges irgendwie für mich ergeben haben das ist dann wie so eine Stammelei sozusagen das hab ich ja vorher gesagt aber genau also mehr ist da erstmal für mich nicht bei bei rausgekommen aber jetzt wie gesagt wenn man mit anderen drüber redet wird man nochmal irgendwie ganz anders auch inspiriert sozusagen ja na deswegen wollen wir das ja auch weil wir immer so durch dadurch erst recht so auf Ideen kommen ne Auseinandersetzung und andere vielleicht durchs Hören dann auch oder das ist ja auch oft so wenn ich andere höre dann komm ich dann selber auf Ideen nochmal ich hab einen Film gesehen andere reden darüber und da komm ich auf Ideen die ich dann Analysten denen nochmal direkt sagen will und denke immer so jetzt komm du auch auf diesen Gedanken oder so ne das ist halt dann auch witzig ne also deswegen ist es nur ein Plus immer wenn man sich damit auseinandersetzt was ich wollte war ich hab zuerst dran gedacht ich recherchiere jetzt einfach mal was andere Rezensisten so von sich gegeben haben was es bei YouTube dazu als Interpretationen gibt und so weiter ja wollte ich mir schon sozusagen als Schlussakkord so reinziehen vor dem Podcast ja aber da hab ich mir dann gedacht ne dann guck ich den lieber nochmal alleine oder so ja versuche selber drauf zu kommen und selbst wenn ich mir dann einen abstammel oder so und das hab ich jetzt also auch eingehalten oder durchgehalten äh vielleicht guckst du mir jetzt doch nochmal im Nachhinein an was so von anderen kam aber ähm ja da steht dann alles so verschlüssig und dann so ach ja ja okay ja 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 das kann passieren ne vor allem auch die Symbolik der Namen kommt dann vielleicht auch noch viel deutlicher rüber ne und 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 bei Sachen wo wir es jetzt noch nicht wissen äh oder was das Huhn für eine Bedeutung hat ach ja das Huhn davor Angst hat das ist ja auch so witzig das ist ja auch so ein Gimmick aber auch gleichzeitig ja ja interessant ne solche Sachen ne die deinem Voodoo vielleicht eine Rolle spielen oder welche Rolle die dann spielen und so weiter äh ja äh lauter so Sachen wenn man jetzt noch irgendwie sagen wir mal wenn jetzt Leute was in die Kommentare reinschreiben was äh äh dienlich ist oder so das wäre natürlich toll ne dann hätte sich der Podcast auch für mich äh nochmal extra gelohnt sozusagen ne weil da bin ich immer offen für selbst wenn wenn dabei rauskommt dass ich insgesamt totalen Quatsch gelabert habe ne das würde mir gefallen wenn dann ne was ja ganz Anstoß gebracht hat ne was rüberkommt aber du wolltest ja was sagen zu Mickey Rook allgemein glaube ich vorhin als ich dich unterbrochen habe ja ich habe mich nur gefragt nach diesem Film das war ja sozusagen mehr oder weniger zu Anfang seiner Karriere denke ich mal ne ja so ja ja doch also so das sind so die großen Filme das stimmt schon also vorher war es neuneinhalb Wochen halt so ein Romantikfilm dann Angel Heart und dann gleich ja Barfly und da ist er halt auch äh sehr gut ne gut jetzt ist doch so wenn ich das richtig im Kopf habe wenn nicht bitte sofort unterbrechen ne aber wenn man an Hollywood denkt und äh sich anguckt äh wie sich Hollywood entwickelt hat und so welche Genres im Film äh entstanden sind und 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 welche Filme es dazu gibt ja da muss man doch sagen der 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 Western und Film Noir mhm stehen doch da ganz oben an sozusagen ne äh jetzt auch in Bezug auf die Erfolgsquote bei den Zuschauern und so denke ich mal insgesamt bis heute ähm oder damals meinst du so die goldene Hollywood-Ära-Zeit weil das ist immer so kommen und gehen gewesen es sind auf jeden Fall so das meinst du glaube ich so klassische wo es ganz besondere Filme in den Genren gab ne so irgendwie meinst du insgesamt ne ja 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 wo es die heftigsten Filme gab und man das so eine goldene Ära mäßig sieht ne aber nicht jetzt so gleich okay ja das stimmt auf jeden Fall so und äh da hab ich dann gedacht okay durch diesen Film und so gut wie er darin gespielt hat hätte der wohl doch äh eine viel äh heftigere Karriere in Hollywood machen können müssen sollen woran ist das denn gescheitert äh ich weiß es nicht ich meine er ist ja kein Unbekannte das ist klar ne aber ähm tja weiß ich auch nicht ja irgendwann kamen mir diese Schönheits-OPs die er gemacht hat aber ich weiß nicht ob er auf einmal so ein Fall hatte ne weil es ging wieder so klassisch dann ähm saufen drogen dann eben macht er irgendwie hat er so ist er auf einmal Profi-Boxer geworden ne ja der wollte der wollte Profi-Boxer sein auch ne ja und er hat geboxt und so weiter damit hat er sich ja noch mehr kaputt gemacht die Fresse ne mhm dann äh dann kamen halt diese 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 Gesichts-OPs womit er sich einfach entstellt hat und da kamen noch diese B-Movies sind immer schlecht bis dann The Wrestler kam ne von Aronofsky wo er sich quasi selbst spielt ne so einen so einen eben so richtigen Wrestler ähm diese diese Straßen-Wrestling nenne ich es jetzt mal ne ah ja diese Art ne und dann kam Sin City Sin City fand ich irgendwie gut zu dem Zeitpunkt als ich es gesehen habe ja mega Film und da ist er halt na gut da ist er nochmal extra hässlich gemacht quasi also perfekt man sieht ihn quasi nicht aber wirkt halt durch seine Präsenz und alles mega ne und dann und dann ist es auf einmal schon wieder gewesen Expendables so ein bisschen und das war es dann schon wieder und sieht immer halt dann doch von Tag zu Tag hässlich aus gefühlt und hat wieder so nur Nebenrollen ne das war es schon wieder soll ich dir sagen wieso wieso das liegt alles an diesem Film ok der hat nämlich tatsächlich einen Pakt mit dem Teufel abgeschossen ich war genau Alter und so ist jetzt auch die Deformierung oder die Veränderung und so weiter versteckt von dem Teufel oder was ganz genau Alter der Typ ist auf der Flucht hintergrund ist bei dir aber ganz schön was los ey guck das ist oh der Teufel verhindert sogar dass wir das sagen durch die Sirenen aber echt Alter boah jetzt weißt du Bescheid Alter jetzt weiß ich Bescheid krass ey ok Ralf komm wir beenden wir sind schon lange hier dabei viel zu lange ähm gibst du was wir geben ja ab jetzt immer Podcast geben wir die Filme geben wir immer Punkte ne klar logisch möchtest du anfangen oder soll ich das wirklich ja fang du mal an soll ich anfangen nein die Irre gebührt dir echt die Irre gehört mir ok also ich geb dem Film war doch deine Idee mit den Punkten ok ja ich dachte wir machen das jetzt weil alle wollen das immer und finden das immer gut deswegen ähm geb ich jetzt auch Punkte und so und ich geb den ähm 374 ein halb Liter Blut von mir und ich tu noch 3 Eier obendrauf du 3 Eier krass Alter ok ok verstehe alter nicht schlecht gut damit unsere Bewertung für Angel Heart aus dem Jahr 87 und letztens hatte ich bei WQF wir quatschen über Filme über Running Man der war auch 87 dann Jaws 4 87 irgendwie sind alles 87er Filme am Start naja egal cool ach interessant dass du Filme erwähnst die zu der Zeit auch äh rausgekommen sind so ein Vergleich ne meinst du ja das ist gut das ist gut ähm dann sagen wir natürlich jetzt noch was wir im nächsten Podcast machen also was wir dann auf jeden Fall nicht machen werden welchen Film möchtest du im nächsten Podcast besprechen Ralf sonst sag ich einen sag du mal was soll ich was sagen sag du das Genre welches Genre soll es sein ich weiß jetzt sagst du Westen oder Noah ne konzentrieren konzentrieren ich mach so ne Musik für dich da 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 äh kein kein Horrorfilm ach so du willst was ausschließen kein Horrorfilm okay dann sag ich wir gucken im nächsten äh also für den nächsten Podcast gucken wir Sin City mit Mickey Rook so ist das kein Horrorfilm? ist die jetzt schon zu horrormäßig? nein 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 okay gut okay machen wir Sin City ja wie geil das ist wir machen das richtig ernst da passiert ja nichts egal gut ähm Ralf ja Ralf ja dann wollen wir den ja ähnlich besprechen das ist so witzig und das ernst machen dann ähm also ach so du meinst wir besprechen den doch nicht? ich weiß das nicht besprechen doch wir sprechen den natürlich auf jeden Fall wir müssen zuverlässiger werden oder? ja machen wir also lass uns den gucken okay können wir machen okay cool Ralf ich hab den Film auch und so und ähm perfekt ja alles gut kann es ja nur gut gehen ja und was hat der Film eingenommen und so wie erfolgreich war der? lass mich jetzt mal nein ich will jetzt nicht raten okay warte ich guck gerade jetzt kannst du auch gerade mit Zigaretten drehen bis wir fertig sind weil es ist doch gleich am Ende Angel Heart erstmal das Budget also 17 Millionen ungefähr hat der Film gekostet und äh Box Office waren 17 Millionen an der Kinokasse also hat er gerade so das eingespielt was sah aus ey wenn das nicht auch schon wieder ein teuflischer Hinweis ist wo gibt's denn sowas dass ein Film genau so viel einspielt wie er gekostet hat ja es gibt's sogar gar nicht so unoft aber wenn jetzt hier natürlich auch das stimmt was ich jetzt gefunden habe aber sieht so aus ist so ja das Ding ist halt natürlich auch hier in Amerika ne mit dem Sexding war wieder ein bisschen heftig und geschnitten und ein Film der war glaube ich damals ab 18 natürlich wieder und so ne oder R-Rating ist natürlich jetzt im Kino nicht so ne mhm obwohl da halt super Schauspieler alles ist aber das Thema ist wahrscheinlich auch einfach zu heftig gewesen und so egal cool Ralf dann äh danke an die Zuhörer danke Ralf du ich staune dass du jetzt aufhören willst weil das macht dich doch glücklich oder hast du jetzt schon Maximum Glück erreicht ja hab ich ich muss das ja dosieren ne ist wie mit Heroin das dosier ich ja auch komm stopp stopp sonst wirst du noch süchtig alles klar komm ja sag tschüss und so ja ich sag jetzt einfach tschüssi das ist ja dann ja ich sage ja bis jetzt aufhören Bis zum nächsten Mal.